Hallo, heute haben wir eine nächste Frage und die ist, jemand hat geschrieben, ich sehe schon, es geht um Gedanken und Gefühle und dass meine Gedanken die andere Seite der Medaille sind, die Gefühle und Emotionen und dass alles einfach okay ist. Und doch möchte ich lieber nur die netten und guten Gefühle haben. Was sagst du dazu, Shelia? Ja, ich sage dazu, ich auch. Na ja, also auf meinem Weg in diesem Verständnis der letzten fünf Jahre circa, habe ich gesehen, einerseits, dass die ultimative Freiheit für einen Mensch darin liegt, alle Erfahrungen, die durch Thought und mit Thought auf Deutsch meinen wir Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, diese menschlichen Erfahrungen, die wir haben, dass man, wenn man wirklich alles annimmt, was kommt und weder eine Präferenz für das eine oder das andere hat, dann ist man richtig frei. Weil es kann eine Panikattacke kommen und man denkt sich, ja, okay, gib es mir, das ist das, was gerade dran ist. Ich hatte vor einigen Monaten wieder eine Panikattacke, was extrem überraschend war, weil ich habe das seit Jahren nicht mehr gehabt. Es kam aus dem Nix, es gab keinen Grund, mein Körper hat sich mit Adrenalin gefühlt. Und ich weiß noch, in dem Moment, ich dachte mir, ja, ich kann das ablehnen, ich kann im Widerstand gehen oder ich kann es einfach versuchen, das zu genießen gerade. Und das klingt total bescheuert, weil wer genießt denn schon eine Panikattacke? Aber ich habe es tatsächlich genossen in dem Moment. So, das ist die eine Seite der Medaille, dieses Sehenkönnen, dass die radikale Annahme von jeglicher Erfahrung ultimative Freiheit bedeutet. Und auf der anderen Seite, dieses total menschlich zu verstehen und zu erkennen, ich kann nicht immer alles annehmen. Ich habe verdammt nun mal Präferenzen. Und diese Präferenzen tauchen genauso auf wie Erfahrungen. Und mein Bewusstsein kann noch so gut sein, ich kann in einem Gedankensturm manchmal stecken und ich will verdammt da raus. Und ich habe eine starke Präferenz, das nicht zu fühlen und ich habe einen starken Wunsch in mir, da möglichst schnell durchzugehen. Und für mich, Lea, als ich gemerkt habe, ah, wenn Präferenzen auch nichts anderes sind als Thought, dann, I don't have to worry about my preferences either. Ich muss die auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Die sind einfach da. Was kommt für dich? Gerade als du so gesprochen hast, ich habe wahnsinnig gerne starke Gefühle. Schon immer. Aber bevor ich gewusst habe, dass es Inside Out ist, dass es von innen nach aussen, war das unglaublich anstrengend. Und da war was und dann wieder ein Gefühl und Wut und Trauer und Nein und Drama, hört ihr. Und dann habe ich diese Dramen, dann wollte ich doch nicht so stark fühlen und habe dann Strategien gehabt, um nicht so zu fühlen. Und die haben dann zu noch grösseren Dramen geführt. Und es war eine Form von Lebendigkeit drin. Da war auch Lebenskraft oder Leben drin. Was ich aber heute sehe, ist, dass diese Party ja vor allem in meinem Kopf stattgefunden hat. Also das bedeutet, ich war nicht da, ich war nicht präsent, ich war nicht im Leben. Natürlich war ich im Leben, ich kann gar nicht nicht sein, aber ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Und dieses Fest hier, am Leben zu sein und all diese Gefühle nach wie vor zu fühlen, ist so viel tiefer und lebendiger, echter, dass ich immer noch alle sehr gerne mag. Das hat sich nicht verändert. Aber da bin ich wahrscheinlich eher eine Ausnahme. Bist du nicht. Gut. Vielleicht sagen das auch alle nur, ja, stimmt. Aber so dieses, es ist mehr, das Gefühl taucht auf und es ist für den Moment und es tut in mir. Dann verändert es sich und geht wieder. Da ist Wut. Oh. Da ist Trauer. Oh. Da ist Freude. Und ich hatte zu Beginn die Befürchtung, dass das alles schal werden könnte. Was alles durch mich und in mir und es gar nicht dieser Depp von der Schuld ist. Aber die haben sich in der Qualität verändert und wurden noch intensiver auf eine Art. Haben aber diese Ecke von ich sterbe gleich verloren. Auch wenn ich, ich hatte ja auch Panikattacken, also ich kenne das. Und hatte sie auch ganz selten, nachdem ich all das gesehen habe. Und sogar dieses, ich sterbe gleich, war nicht mehr, ich sterbe gleich. Und das ist auch hier, das finde ich mind-blowing nach wie vor. Ja, es ist es, es ist es. Und ich kann es so gut nachvollziehen, was ich. Ich hatte, ich liebe auch dieses, ich liebe es, dieses Leben zu fühlen. Ich fände es so schade, wenn mein verrückter Gedanke auf einen Tag ausschalten würde. Das ganze Leben wäre nur aus Vanilla. Ich fühle, ich fühle Salzkaramell, weißt du so. Und gestern, gestern war ich in so einem Zustand. Ich bin zum Fitnesstraining gegangen und aus dem Nichts und ohne Grund kam eine Welle von Gedanken und Gefühlen von Mein Mann ist so blöd und der hilft mir nicht im Haushalt. Und ich sehe aus, er soll eine Wohnung in Frankfurt holen und ich bleibe stehen. Und eine Frau mit 45, sie braucht überhaupt, warum brauchen wir denn Männer? Und in dem hinteren Teil von meinem Wesen habe ich gespürt, Stille, spinnst du? Der hat den Hund rausgebracht am Wochenende, der hat den Boden sauber gemacht, proaktiv gestern, der war einkaufen für dich, heute früh. Und die Fakten haben einfach nicht mit dem Erlebnis gestimmt. Und ich wusste, dass es nicht echt ist. Früher hätte ich gedacht, ich habe ein Problem mit meinem Mann. Ich müsste es mit ihm klären, die Arbeit ist nicht gerecht, aufgeteilt. Was heißt es denn, dass ich Gedanken habe auszuziehen? Ist das etwas, was ich ernst nehmen soll? Bin ich irgendwie eine schlechte Ehefrau, weil ich das überhaupt denke? Also, Gedanke über Gedanken. Aber gestern hatte ich das nicht, weil ich bin einfach voll in diesem Gefühl, ja, ich male mir aus, ich wäre allein. Und ich habe das einfach genossen, dieses hörte Gefühl. Das ist auch möglich, das ist on offer, das ist im Angebot. Was mir einfach gerade dazu kommt, und vielleicht ist es das, ich fühle mich heute wieder wie 15. 15 war toll für mich. Mit 15 haben wir diese bespielten Kassetten, Audio-Kassetten bekommen von unserem Schwarm oder wer auch immer die aufgenommen hat. Und wenn ich diese leichte Melancholie und Traurigkeit hatte, Kassette rein und ja, oder? Ja. Und heute tue ich das wieder. Und davor, als Erwachsene, habe ich das nicht mehr zugelassen. Ja. Ich darf nicht so fühlen. Ich muss nur so fühlen. Ich darf nicht, nein, das heisst etwas über mich und mein Leben, wenn ich so fühle. Und jetzt ist es wieder Kassette rein und tanzen zu dieser Musik und es fühlen. Und dann ist es vorbei und ist okay. Und wie du sagst, ja, diese ganze Breite ist wirklich so lebenswert und erfahrenswert und wieder, eigentlich wissen wir es ja ganz tief in uns, aber es kommt wieder zum Vorschein und darf lebendig sein. Ja. Ja. Sehr spannend. Also, das war, glaube ich, unsere letzte Frage-Antwort-Runde in der Dr. Sommer-Serie. Im Moment. Wir kommen wieder. Jedenfalls für den Augenblick. Und war sehr schön. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank dir. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.